Sehr ganz herzlich gegrüßt, mein lieber Stier. Nun steht auch für dich dein Jahreshoroskop zur Verfügung für das neue Jahr 2020. Und natürlich habe ich auch für dich deinen Spruch des Jahres. Uranus in deinem Zeichen revolutioniert weiter alle alten Muster. Saturn unterstützt dich zeitweise. Jupiter verwöhnt dich mit glücklichen Fügungen und Lilith betritt dein Zeichen. Ja, mein lieber Stier, sei ganz herzlich gegrüßt und alle Stier-Aszendenten. Dein Mondjahr 2020 bringt dir viele erfreuliche Möglichkeiten. Du hast natürlich hauptsächlich mit der revolutionierenden Kraft von Uranus zu tun. Dabei geht es weiter um das Thema Flexibilität. Festhalten an alten überholten Mustern, Ansichten und Sicherheitsstrukturen wird nicht mehr gut funktionieren. Und es wird auch nicht mehr unterstützt. Uranus hat viel Neues für dich im Gepäck. Im Jahr 2020 betrifft das besonders erst mal alle Geburtstage der ersten Dekade. Was ich im vergangenen Jahr schon dazu erläutert habe, es geht hier um Erneuerung. Also alles, was reif ist dafür, für die Erneuerung soll also in diesem Jahr auch vollendet werden. Und das Alte möchte gehen. Für die Geburtstage vom 5.5. bis zum 14.5. wird die erste Mondfinsternis am 10.1. eine besondere Bedeutung bekommen. Sie steht in Verbindung mit Sonne, Merkur, Jupiter im Steinbock und natürlich auch mit dem Mond und dem Mondknoten im Krebs. Und das bildet zu deiner Sonne einen sehr förderlichen Aspekt, was dir natürlich viele Möglichkeiten eröffnet. Finsternisse geben einen Wirkungsrahmen von circa sechs Monaten vor. Also es kann aber auch länger gehen, wenn zum Beispiel persönliche Planeten hier dazu aspektiert sind. Wenn bei dir zum Beispiel ein persönlicher Planet, das sind Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars sind die ganz persönlichen Planeten. Und wenn die zu der Finsternis einen Aspekt bilden, dann wirkt das sehr besonders. Die Mondfinsternis vom 5.7. wirkt positiv auf alle Geburtstage vom 30.4. bis zum 8.5. So, Saturn, unser Hüter und Begrenzer. Er stabilisiert alle Geburtstage vom 8.5. bis zum 20.5. mit guter Konzentrationsfähigkeit, solidem persönlichen und geschäftlichen Wachstum. Vor allen Dingen in der Zeit von Januar bis März. Herausfordernde Saturn-Energie bekommen dann alle Geburtstage vom 20.4. bis zum 25.4. in der Zeit von April bis Juli 2020. Es heißt nun, die volle Verantwortung für sich und für all sein Tun zu übernehmen. Und natürlich heißt es hier auch, einen stärkeren Krafteinsatz mit in Kauf zu nehmen oder anzunehmen. Es wird aber von sehr vielen Glücksenergien begleitet, denn Jupiter unterstützt dich ja besonders. Und deine Pläne können hier nun auch voll sich entfalten. Und das empfehle ich natürlich allen in diesen Geburtstagen, dann in dieser Zeit auch wirklich etwas zu beginnen, was Hand und Fuß haben soll. Die erste Dekade der Stiere ist gesegnet zum Beispiel mit einem Götterschutz von Jupiter im Aspekt zu Uranus. Du kannst also hier wirklich alles schaffen und du musst hier aber nur wirklich deine Kräfte gut unter Kontrolle halten, weil man manchmal dann vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausschießen kann. Grundsätzlich bekommen alle Stiergeborenen diese hilfreichen und förderlichen Wirkungen von Jupiter in diesem Jahr geschenkt. Manches geht hier schon fast wie von selbst. Es sollte aber keine Selbstverständlichkeit sein. Hier wirkt dann auch nochmal ebenfalls Pluto, unser tiefgreifender Wandler, nochmal intensiv mit. Und er steht ja schon einige Jahre zu deinem Sternzeichen im befreundeten Aspekt. Also er hilft in diesem Jahr den Geburtstagen vom 9.5. bis 18.5. den nächsten großen Schritt zur Erneuerung zu wagen. Denn wir haben ja in diesem Jahr einen sehr intensiven und lang anhaltenden Götterschutz durch die Verbindung von Jupiter und Neptun als hilfreiches Geschenk bekommen. Und das bekommen die Geburtstage vom 3.5. bis zum 11.5. als besondere Unterstützung. Dann wird am 21.10. unsere wilde Lilith in dein Zeichen wandern und nun so einige rebellische Züge in Szene setzen. Lilith ist ja die Rebellin und die Rebellion in Person. In ihrer Autonomie möchte sie sich in den Vordergrund stellen und sie holt natürlich gerne auch die dunklen Seiten des betreffenden Sternzeichens hervor. Ja und im Stier geht es ja da gerade um die Sinnlichkeit, um Genuss, um schöne Dinge und natürlich auch um Besitz und Geld. Da wird etwas aufgewühlt in dir, was schon lange geschwählt hat und zum Wechsel der Lilith kommt im Herbst dann nochmal ein extra Video von meiner Seite, damit du das nochmal vertiefen kannst. Ja, jetzt kommt es natürlich besonders für dich darauf an, die genannten Geburtstage, also nochmal auch zu schauen, ob die persönlichen Daten jetzt bei dir eine Positionierung haben. Denn das wirkt sich dann natürlich extra nochmal aus. Wenn du da genaueres erfahren möchtest, kannst du das natürlich ganz einfach wieder bei mir unter www.bubble-reup.com unter dem Menüpunkt Beratungspaket buchen. So, jetzt habe ich natürlich für dich, für den Stier, die Zeiten der Liebe mit Venus, deinem Zeichenherrscher. Deine Liebessterne, lieber Stier, sind schon vom 13.01. bis zum 7.02. aktiv unterwegs mit den sensiblen Fische-Energien im Einklang. Romantik ist jetzt also eine, ist groß geschrieben, das ist eine sehr schöne Zeit, wo man viel träumen kann, aber auch interessante Sachen auf die Beine bringt. Also, das ist eine positive Langzeitwirkung mit einer Stier-Energie in Kombination mit Fische. Weiter geht es mit kraftvollen Liebessternen für dich in der Zeit vom 4.03. bis zum 3.04., wenn die Venus in deinem eigenen Zeichen flaniert. Eine Zeit des Genießens ist jetzt angesagt und es stärkt natürlich deine Seele und deinen Körper. Ab dem 7.08. bis zum 6.09. steht Venus für dich wieder sehr günstig im befreundeten Zeichenkrebs und es lädt dich dazu ein, mit Kindern, mit deiner Familie und deinen Lieben etwas Schönes zu unternehmen. Urlaub passt natürlich wunderbar, ist eine tolle Option für diese Venus-Position und es ist auch angesagt, dein inneres Kind anzunehmen, zu leben und zu lieben. Wenn vom 3.10. bis zum 28.10. dann die Venus in die Jungfrau wandert, dann sind hier sehr viel Klarheit gefragt. Also, du hast dann die Fähigkeit, alles auf die Beine zu bringen, deine Heilkräfte anzunehmen, gute Dinge in die Wege zu leiten. Mit Jungfrau, da möchte man immer klare Ziele verfolgen und ja, das ist auch eine sehr heilsame Energie. Es ist eine prima Zeit, zum Beispiel um eine Therapie zu beginnen oder auch gesunde Ernährung auf den Plan zu setzen. Also, Freude an Hof, Haus und Garten ist da natürlich auch angesagt. Es ist also eine sehr gute Zeit, um sowas zu tun. Vom 21.11. bis zum 15.12. kann es in den Liebesangelegenheiten nochmal richtig leidenschaftlich werden, wenn dann die Venus in dein Gegenzeichen Skorpion wandert. Jetzt kann es auch einige eifersüchtige Szenen geben, wenn du hier dann selber nicht aufpasst. Ja, es ist auf jeden Fall nochmal eine sehr belebende Phase für alle Liebesdingen. Dann habe ich für dich die Zeiten der Kraft mit Mars und viel Kraft und Durchhaltevermögen schenkt dir der Mars in der Zeit vom 16.2. bis zum 30.3., wenn die Energie dann im Steinbock steht. Und hier ist es natürlich nicht getan mit schnellen Aktionen, sondern um gut geplante Projekte in die Wege zu leiten, die auch einen langen Atem benötigen. In dieser Zeit kannst du hier viel in die Wege leiten und es ist wirklich eine sehr starke Schaffenszeit für dich und eine der stärksten Schaffenszeiten für dich in diesem Jahr. Wenn du diese nutzt, hast du natürlich ganz tolle Chancen, da auch wirklich was langfristiges auf die Beine zu bringen. Wenn dann Mars nur noch einmal in diesem Jahr im harmonischen Winkel zu dir in der Zeit vom 12.5. bis 27.6. im Zeichen Fische wandert, dann ist da der Mars vielleicht so nicht so gut aufgehoben, wodurch dann natürlich seine Kräfte eher verwässert sind. Aber er gibt dir in der Zeit natürlich sehr schöne spirituelle Energien, die dir helfen, also tiefenpsychologische Themen anzuschauen für dich selbst und dich auch in die Entspannung zu bringen, was natürlich für den Stier immer sehr angenehm ist. Das restliche Jahr ist dann der Energieplanet im Widder stark beschäftigt und deshalb für dich erstmal nicht mehr greifbar. Es sei denn, du hast wichtige Planeten natürlich im Widder stehen. Aber das kannst du über eine Beratung mit mir natürlich auch ganz einfach erfahren. So, lieber Stier, jetzt beende ich für dich erst einmal die Ausführungen für dein neues Jahr, das Jahr, das Mondjahr 2020 und ich wünsche dir einen tollen, tollen Start in dieses wunderbare Jahr. Und auch für dich habe ich natürlich die Information, dass das neue Jahrbuch, das große Jahrbuch der Wochenhoroskope 2020 auf meiner Webseite verfügbar ist und wenn du da auf das Coverfoto klickst, führt es dich zu meinem Buch und du siehst auch da noch auf meiner Webseite Button, wo du mein Buch auch bekommen kannst, dann über den Verlag, je nachdem, was du denn haben möchtest, ein E-Book oder ein Paperback oder ein Hauptcover. Ja, und das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, mit den Sternen zu planen und du hast damit immer gerne, gut und gerne auch eine Orientierungshilfe. Ich kriege da auch aus dem letzten Jahr schöne Informationen und Rückmeldungen, wie es denjenigen geholfen hat, die es sich selber zugelegt haben. Ja, das hast du natürlich dann auch und ich habe natürlich für dich auch die Möglichkeit, dass du dein persönliches Horoskop, dein Jahreshoroskop für dich, vielleicht für deine Familie oder deine Freunde bei mir auch wieder per E-Mail, per Telefon oder direkt auch auf meiner Webseite anfordern kannst. Und ich freue mich immer über Feedback, über die Kommentare, über Informationen. Lasst es mich wissen, wie es euch ergeht in diesem Jahr und wie sich das bei euch auch zeigt, das, was ich sowohl hier in den Jahreshoroskopen als auch in den Wochenhoroskopen euch da erkläre, weil das ist für mich auch immer eine sehr interessante Rekapitulation zu dem, was ich da auch vorher schon erarbeitet habe und ersehen konnte in den astrologischen Aspekten. Ja, nun wünsche ich dir erst einmal alles, alles Liebe für das kommende Jahr. Sei ganz herzlich gegrüßt von mir, Babel Roy, deine Astrologin. Tschüss, mach's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.